Ich begrüsse bei mir ganz, ganz herzlich Dr. Lukas Engelberger. Er ist Regierungsrat und Vorsteher des Gesundheitsdepartementes Kanton Basel-Stadt. Und, das ist schön, Sie sind auch, Herr Regierungsrat, Referent am DRG & More Ende Januar. Auf das freue ich mich ganz besonders. Ich möchte Sie mit zwei Fragen konfrontieren. Warum machen die Kantone so wenig über die Kantonsgrenzen hinaus? Welche Anreize könnten helfen, die interkantonale Zusammenarbeit zu stärken? Vielen Dank für die Einladung zum Forum. Ich freue mich auf die Veranstaltung im Januar. Die Kantone machen nicht wenig, um die interkantonale Zusammenarbeit im Bereich der Versorgungsplanung zu stärken. Wir haben Empfehlungen der GdK für die Spitalplanung. Wir konsultieren einander umfassend, wenn wir neue Planungen machen. Und es gibt auch Kantone, die gemeinsam planen. Zum Beispiel die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Neu auch jetzt dann St. Gallen und die beiden Appenzell. Oder es gibt eine gemeinsame Psychiatrieplanung der Innerschweizer Kantone Uri-Schwitz und Zug. Das sind so Beispiele und ich nehme an, das kommt noch vermehrt zum Tragen. Da werden wir noch mehr davon sehen in Zukunft. Das freut uns natürlich. Wenn Sie im Bereich der Finanzierungssysteme drei Wünsche frei hätten, welche wären das? Mein erster Wunsch und der wichtigste wären raschere Tarifabschlüsse in den Verhandlungen zwischen den Leistungserbringern und den Krankenversicherungen. Hier haben wir sehr langsame Entwicklungen, jahrelange Blockaden zum Teil. Das schafft viel Unsicherheit und macht eine rechtzeitige Reaktion auf aktuelle Entwicklungen schwierig. Zweitens hoffe ich, dass wir jetzt am Ende Jahr die grosse FHAS-Finanzierungsreform im Parlament den entscheidenden Schritt weiterbringen. Ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn es gelingt, eben auch die Pflege einzubeziehen. Der Kompromissvorschlag des Ständerats scheint aus Sicht der Kantone hier ein gangbarer Weg. Und drittens wäre mein Wunsch, dass man diese Ausgangslage dann mit einer einheitlichen Finanzierung auch wirklich nutzt für mehr integrierte Versorgung. Ich hoffe, alle drei Wünsche gehen in Erfüllung, möglichst rasch. Und ich freue mich vor allem, Herr Regierungsrat, dass ich Sie Ende Januar im schönen Zentrum Paul Klee begrüssen darf und wünsche bis dann ganz, ganz viel Gesundheit und viel Durchhaltewillen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, ebenso. Vielen Dank.